Die Welt ist wirklich, äh, den Zahnarzt. Es ist auf jeden Fall ein Einweg. Nee, sag, wie sind wir, bitte? Ach so, hier! Wo hast du denn? Ich bin sehr mit dir, noch mal. Das ist nicht wieder, noch mal. Und, du hast du denn? Du hast du, du hast du. Ich bin sehr mit dir. Du hast ... Ich bin sehr. Auf geht's dir. Moving 쉬ne. Das ist schwierig. Ich bin sehr öfter. Yes. Der ist wichtig. Ich bin sehr öfter. Hier ist man genauer in einem Albtraum und die Jungen, die wir einmahnen können, da berechtet man mit dem Albtraum ab und gegen, ab und grenzen gegen die Angst an. Das heißt, das ist ein bisschen eine gute Zeit, ja. Seit ein bisschen mehr Zeit, wer hier wird bestimmt, hat sich so langsam noch ein bisschen geklärt, wer hier wird bestimmt. Das wird nicht sein, das wird sich nicht zu klären auch nicht. Das wird sich nicht zu klären, nein. Das wird sich nicht zu klären, weil ihr das dann wahr habt. Das habt ihr von ganz hoher Stelle in der Meinung gehört. Wir haben unsere eigene Meinung, die haben wir schon gemacht. Also deutlich geworden, mitgebracht haben, machen eigentlich was deutlich, was in die Gedächtnisse der Leute gehört. Die Gedächtnisse, dieverständlich sind nicht zu klären, aber es ist nicht zu klären, oder? Und das ist es auch bei uns, weil wir uns nicht zu klären. Wir sind nicht zu klären, aber es wird dann auch nicht zu klären. Für mich war früher vor der Grenze meine Motivation so schnell gewesen. Auf der Seite einfach heimisch zu werden. Das heißt, ich habe mir ein Stück Heimat an dieser Mauer von der anderen Seite erarbeitet. Ansinnen mit einer gewissen Kreativität, ob es eben musikalisch oder theatralisch oder ähnlich ist, als er bei den Menschen ankommt, dass sie sich das eher zu Herzen nehmen. Man sprach wo der Gesellschaft. Für mich ist das Ziel der Kunst, dass es nicht schön sein muss. Wenn sie das Stück von Kunst gesehen hätten, dann hätten sie es nicht. Dann bringt es Diskussion, die Menschen mit uns sprechen. Inevitably, dass es Kommunikation und Diskussion immer verbessert wird. Wir sind dann auf die Straße gegangen und alle haben gedanzt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.